Hallo Leute, herzlich willkommen auf Signal Stunner Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Among Us. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ich hoffe mal, das Spiel hier wird schnell gestartet. Ihr seht einfach dann, wenn ich drin bin. Bis gleich. Erfekt, es hat gestartet und ich bin Crewmate. Es gibt einen Verräter, wie ihr sehen könnt und ich würde sagen, wir legen auch einfach direkt los. Wir sind wieder am Arsch der Welt und ich habe hier auch direkt eine Aufgabe, nämlich den Schlüssel reinstecken und die Aufgabe habe ich natürlich gemacht. Ich habe insgesamt auch voll wenige Aufgaben, sehe ich gerade. So. Och nee, das ist wieder so eine Kacke-Aufgabe, ne? Ah, habe ich geschafft. Perfekt. Zwei davon gibt es. Oh no. Gut. Zack. Gehen wir mal in Electric. Electric. So. So. Download. Downloaden wir mal hier kurz das Ganze hier. Bitte töte mich nicht. Bitte. Danke. So. Können wir auch mal direkt runter gehen kurz. Und hier rein. In den kleinen Raum. Äh, wie geht denn die Scheiße nochmal? Ja, genau so. Wie viele muss ich denn hier füllen, ey? Ah, zwei Stück. Okay. So. Jetzt muss ich noch eben da hoch, nach oben und dann kann ich auch hier einfach nur gucken. Das ist ja LED-Trick. Die wollte ich gerade melden. Na, es ist blau, ne? Hä, das ist der hier. Normalerweise, glaube ich. Ich hoffe mal, die wählen den jetzt alle. Mal gucken. Gucken, ob sie den wählen. Wir sehen es gleich. So. Oh. Ja, gut. Die haben alle pink gewählt. Ich nicht. Perfekt. Warten, warten, spiel schon wieder. Muss hier rein. So. Einmal uploaden und dann müsste ich fertig sein, oder? Normalerweise schon. Bitte töte mich nicht, pink. Danke. Gehen wir mal in Seküte hier rein. So. Ich sehe einfach niemanden. Jetzt sehe ich hier welche. Scheiße, bin ich wieder rausgegangen. Gelb habe ich gerade gesehen. Ja, man sieht hier gerade niemanden. Und da ist pink. Jetzt sind blau und Dingsbums hier. Okay, schwarz. Ja. Irgendeiner hat verlassen. Perfekt. Der müsste jetzt hier wieder hochkommen, oder? Nee. Oh. Perfekt. Purple. Der Schutzengel hat kürzlich jemanden beschützt. Aha. Wer ist denn der Schutzengel? Der hier? Ich weiß es nicht. Ich denke tatsächlich, es ist schwarz. Ich habe echt keine Ahnung, wer es sein könnte. Mal gucken, was die hier schreiben. Hm. Ist das jetzt wirklich still hier? Ich wähle ihn jetzt einfach. Hm. Egal. Gut, jetzt können wir wieder hier 100 Jahre warten. Oder auch nicht. Ja, jetzt haben tatsächlich zwei einfach ihn gewählt. Hätte jetzt noch einer gewählt, wäre er raus. Perfekt. Keiner raus. Unentschieden. Okay. Okay. Warum? Warum? Ha, jetzt haben die einfach den Reporter gedrückt. Ist der es bitte gewesen? Danke. Er war es nicht. Das ist wirklich der Graue. Ja, was macht der Graue denn hier? Ja, ich streiche hier einfach in der Zeit in mein Haustier hier. Okay, er ist jetzt raus. Egal. Ja, wir werden jetzt eh verlieren. Ist die Frage jetzt, wer das sein könnte, ne? Können wir wieder in Zeköthi gehen? Da kommt der Schwarze her. Okay. Warte, ich bin gerade in Electric. Also wenn jetzt irgendwo da oben links liegt, dann ist es der Schwarze. Aber wir wissen es nicht. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich bin Besatzung. Ja, hier könnte es sein, dass ich jetzt rausfliege. Ich denke, es ist einfach die die ganze Zeit. Und tut Selfie-Porten. Aber dann hätte die mich ja gekillt. Ja, keine Ahnung. Ah, perfekt. Ja, komplett. Marktakin. Ja. Ich habe ab und zu jetzt keine Ahnung. Ich denke tatsächlich immer noch, dass es pink ist. Oder tatsächlich der rote. Oder was auch immer das für eine Farbe ist. Ich weiß es aber nicht. So. Ich habe jetzt den gewählt. Ja, perfekt. Wir haben den alle gewählt. Weil der sagt auch nichts. Keine Ahnung. Der war es nicht. Dann ist es tatsächlich grau. Es ist pink. So, jetzt drücke ich hier. So. Der wird wahrscheinlich jetzt pink wählen. Weswegen ich jetzt auch pink wähle. Oder die wählen tatsächlich beide mich. Das kann auch sein. Bitte grau wählen. Einfach pink. Danke. Boah. Bitte, bitte, bitte. Ja, Junge. So. Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auch im Metal-Discord-Sorber vorbei. Der ist unten in der Bibelgeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum am Tag. Haut rein und du eisst dann so. Ciao, ciao. Das war's.